Vielen Dank, bevor ich den letzten Titel ankündige, sag ich noch, dass wir auch CDs dabei haben, letzten Sommer produziert. Wir würden uns dann, wenn wir hier ganz schnell abgeräumt haben, damit die Nächsten auf die Bühne können, da so an der Seite der Bühne damit einfinden. Wer uns also gerne in Konserve mitnehmen möchte, kann dieses tun. Und wir haben auch eine Mail-Liste, in die man sich eintragen kann, um zu erfahren, wo wir außer dem Elpernfest sonst noch spielen. Kann man also auch tun, lege ich auch da hin und wir spielen zum Schluss noch ein Stück von uns mit dem wunderschönen Titel Igel auf der Flucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik Musik Applaus Applaus